Viel Spaß, das mitzubringen. Ja. Wer fliegt da gerade mit einer Aletra herum? Achso, das ist... Jonas, der Baba. Der gerade meint... Der hier gerade Haustfriedensbruch beginnt. Tja. Ih, Kartoffeln. Grausam. Slack. Nee, tatsächlich nicht. Er droppt sie einfach runter. Das ist ein Angriff aufs Sturmburgis... Aufs Sturmburgische Kaiserreich. Gott gekickt. Da oben ist er. Ich bräuchte hier ein bisschen Unterstützung. Geil, das ist aber jetzt gerade leicht. Wo ist er hin? Koko? Ist er wieder da? Nee, Koko ist immer noch nicht erreichbar. Verdammt! Koko! Als zukünftige Staatsbürgerin benötige ich deine Unterstützung. Wir müssen hier ein ungewolltes Flugobjekt vom Himmel pusten. Tja, was ist denn hier für ein Armee? Wir werden überfallen. Was denn? Wo? Hier ist Jonas, Daniel, Gamer... Krieg! Schon wieder? Schnell! Alle Männer an die Kanäle unten! Wir müssen sie ausrotten! Okay, ich greif von hinten an. Okay, Daniel ist tot! Okay, der andere los! Alle Männer, okay! Okay, viel Spaß euch! Achtung, 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 Achtung! Ja, sie sind einfach weggegangen. Da hinten, da hinten, da hinten ist noch einer, da hinten ist noch einer! Okay, Angriff, Angriff, Angriff! Er droppt, er droppt Kartoffeln! Nein! Dein Luzi, wir brauchen dich! Nein! Wir brauchen dich! Dich! Jonas, Jonas, Achtung, Achtung! Achtung, Angriff! Achtung, Scheiße! Feuer frei! Feuer frei, okay! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Ich muss meine Freude bezahlen! Mein ganzes Symmetal ist doch das Dicks! Ich komme ja alle Krieger! Wo sind die? Warte mal, die sind in Sturmburg, wir müssen... Die, Angriffsformation, los! Äh! 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 Warte im Bunker! Da hinten! Achtung, Achtung, Achtung! Da! Wow, 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 wow! Sie sind unsichtbar gegangen! Sie sind unsichtbarkeits-Dings! Ja, aber das war nur... Das war nur einer, das war nur einer! Das war nur einer! Bleib mal bei mir! Ja! Da hinten! Unsichtbare Kartoffeln! Warte mal, durch die Unsichtbarkeits-Tränke! Komm, was auf! Durch die Unsichtbarkeits-Tränke! Pass auf! Hier hinten ist noch einer! Hier hinten ist noch einer! Ja, ich verfolge den! Ich verfolge den! Die haben aber keine... Die haben keine Dings! Keine Rüstung! Ich komme, ich komme, ich komme! Wir haben keine Rüstung! Ich habe einen getroffen! Ich seh's, ich seh's, ich seh's! Ich komme! Ich komme, ich komme! Backup! Hab ihn! Ist das Daniel? Da läuft doch einer! Nein! Nice! Schön! Was haben wir ihnen getan? Sie wollen Krieg! Wir sollten deren Stadt angreifen! Ich habe keinen Bogen! Mach mir mal einen Bogen! Mach mir mal einen Bogen! Mach mir mal einen Bogen! Da hinten kommt gerade noch einer! Sie greifen an! Achtung! Scheiße! Das ist doch so! Der jagt dir ja mit unenchanten Geschwörn! Das ist doch so geil! Das ist doch so geil! Das ist doch so geil! Okay, jetzt ist der ja! Ich gebe Berger und Angriff! Also ich sag's mal so! Die können sich echt nicht mit Sturmburg anlegen! Also ich meine! Ja, der Geheimagent ist da! Koko! Jetzt komm nochmal her! Achtung! Achtung! Save Koko! Save Koko! Von Dortmund! Ich habe Feuer drauf! Okay! Angriff! 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 Er soll jetzt 10 Sekunden brennen! Nein, er ist zu Tode gebrannt! Ja, ne! Er ist zu Tode gebrannt! Ey! Mann! Justus, lass Koko in Ruhe! Moment! Ich muss jetzt kurz hier ein paar Banner mitnehmen! Weil wir müssen als Sturmburg hier durchgehen! Ja! Und deshalb können wir nur mit Sturmburg, mit Sturmburgischen Bannern reagieren! Hier! Dein Schild! Das Kriegerschild! Als Einheit! Wir müssen hier als Einheit agieren! Und deshalb! Stellt euch auf! Stellt euch auf! Schildkröteninformationen auf! Schildkröteninformationen! Deckt alle Seiten! Norden, Süden, Westen, Osten! Kommt ruhig her! Kommt ruhig her! Und legt euch mit uns an! Ihr werdet befeated! Wir warten am Stadtsporn! Sobald sie sich tippen, werden sie gekillt!